Ein heiliger Kreuzzug Zur Vernichtung aller Vampire Brachte Licht in die Nacht Und es wird langsam dunkel Ja, ähm... So beginnt es also Junges Leben So unschuldig So verhundbar So naiv Und da sind wir auch schon Mama! Oh, ja, das Blut dieser Jungfrau wird mir schmecken Finger weg von meiner Mama! Haha, was haben wir denn da? Noch ein junges Ding, das meinen Blut stillen wird! Du Ekel! Lass meine Mama gehen und verschwinde! Hahaha, so niedlich! Ah, ich kann ihr Blut schon förmlich meine Kehle hinunterfließen, vielen! So warm und süß! Und schaut mal hier, wenn ich jetzt einen Menschen anrede, so als Vampir... Da bleibt doch mal stehen! Wir können reden, aussaugen, umwandeln, gehen, verwandeln oder Gedanken lesen! Und ich würde sagen, lesen wir mal die Gedanken! Vampire... Na, erkennt ihr ihn wieder? Was waren sie? Was waren sie? Das wird übrigens eine der Schlüssel-Szenen im zweiten Teil sein, die man öfters in verschiedenen Varianten sehen wird. Was sind sie? Und was werden sie sein? Na, erkennt ihr ihn? Wir haben ihn schon einmal getroffen... Und wir haben ihn schon einmal getroffen! Wir haben ihn. Wir haben ihn schon mal die Schlüssel-Szenen im zweiten Teil sein... Und wir haben ihn schon einmal getroffen!